Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Komm her! Ja! Verheiratet? Nee. Kinder? Nee. Schwul! Hier ist die Karte. Gibt's die Muffas eigentlich nachher? Musik Ich glaub nicht mehr einfach immer so auf Kommando, ne? Ich war neulich mal beim Urologen, der hat gesagt, das ist ganz normal in unserem Alter. Warst du schon mal bei der Vorsorge? Lass mich doch hier mal konzentrieren. Musik Das macht dann 15 Euro für jeden von Ihnen für das Fahren ohne Helm. Wir müssen Sie darauf hinweisen, dass Sie ab jetzt Ihre Kraftfahrzeuge schieben müssen. Wie bitte? Ja, Sie haben schon richtig verstanden. Sie schieben Ihre Kraftfahrzeuge, bis Sie sich Helme besorgt haben. Sie können uns doch hier nicht schieben lassen. Wir sind mitten in der Pampa, sind wir ja morgen noch unterwegs. Doch. Mal ganz im Ernst, wie wollen Sie das kontrollieren, ob wir schieben oder nicht, wenn Sie weg sind? Wollen Sie uns bis zur Landesgrenze eskortieren oder was? Fick dich, Niedersachsen! Fick dich! Du hässliches, beschissenes Bundesland! Ich hoffe wirklich, du gehst beim nächsten Länderfinanzausgleich leer aus! Das war Nordrhein-Westfalen. Jahrhund. Das war Nordrhein-Westfalen. Das war die